Klar, Energie ist ein wichtiges Thema. Aber wie ist das eigentlich, wenn wir immer mehr erneuerbare Energie nutzen? Jetzt sag mal, E.ON, habt ihr dafür auch eine Lösung? Nee, haben wir nicht, du Klugscheißer. Zahl einfach deine Stromrechnung und halt die Fresse. Und wenn du damit fertig bist, dann zahlst du auch noch den Rückbau der Atomkraftwerke. Hast du ein Problem damit? Wenn ja, behalt's für dich. Dein E.ON.